Okay, Lübeck wurde im 12. Jahrhundert gegründet bei Deutscher von Schwarzschau. Lübeck hat 210.000 Einwohner. Lübeck liegt in Schleswig-Holstein in Norddeutschland. Schuss ist die Alkohol in Glühwein. Und es ist sehr lecker. Und stark. Mhh, Glühwein. Lübeck ist sehr lecker für seine Marzipan und die berühmteste Marke ist Liederkräger. Typischer Weihnachtsmarktstradition ist, wachwurz zu essen und Glühwein zu trinken. Guttenbrockhaus liegt am Breitestrasse und es ist der Ort von der Bück Guttenbrocks. Seit 1942 hat die Plagen auf dem Boden geliebt. Wir finden diese Döner sehr gut. Gut, Wu hat zwei Döner gegessen. Die Reise war auch sehr gemütlich. Tschüss! Peace! Bis zum nächsten Mal.